Einleitung und Navigation Willkommen beim PA-3XLE Videomanual. KORG ist berühmt für seine leistungsfähigen Arranger-Keyboards, die weltweit 10.000-fach von Profimusikern gespielt werden. Der KORG PA-3XLE wurde für anspruchsvolle Musiker entwickelt und bietet sowohl exzellente Klangqualität als auch fortschrittliche intuitive Features, mit denen Sie Musik komfortabel darbieten und kreieren können. In diesem einstündigen Video behandeln wir die Hauptfunktionen Ihres PA-3XLE. Trotz der Fülle an Material werden wir Sie mit unseren kurzen Übungen über alles ausreichend informieren. Verfolgen Sie das Video beim ersten Ansehen bis zum Ende und legen Sie bei Bedarf Pausen ein. Später können Sie dann zu bestimmten Kapiteln zurückkehren. Wenn Sie das Video übers Internet ansehen, halten Sie bitte die Reihenfolge der Kapitel ein. Ausführliche Infos finden Sie in den PDF-Handbüchern, die auf der mitgelieferten Zubehördisk oder als Download auf der Website Ihres KORG-Vertriebs verfügbar sind. Halten Sie möglichst auch einen USB-Stick mit zwei Standard-MIDI-Files, einem Karaoke-MIDI-File und einer MP3-Datei für die Songplay-Sektion sowie ein Dynamik-Mikrofon mit Klinkenstecker für die Vocalist-Sektion bereit. Wenn diese Dinge gerade nicht verfügbar sind, können Sie die speziellen Abschnitte auch später noch ausprobieren, wenn alles vorhanden ist. Es macht nichts, wenn Ihr Modell andere Styles und Sounds enthält oder diese auf anderen Positionen wie in unseren Beispielen angeordnet sind. Wenn Sie einen bestimmten Style oder Sound wählen sollen und dieser nicht vorhanden oder anders benannt ist, wählen Sie einfach einen ähnlichen aus. Während des Videos werde ich den PA3XLE auch manchmal nur LE nennen, aber es ist natürlich immer der PA3XLE gemeint. Damit wir eine gemeinsame Ausgangsbasis haben, werden wir den LE zuerst neu starten. Schalten Sie ihn aus, indem Sie den Standby-Taster eine Sekunde gedrückt halten. Der Bildschirm wird kurz dunkel und dann völlig schwarz. Drücken Sie zum Einschalten nochmals den Taster. Wie beim Starten eines Computers dauert es einen Moment, bis alle benötigten Daten wie Styles, Sounds und so weiter geladen sind. In dieser Zeit sehen wir uns einige Dinge auf dem Bedienfeld des PA3XLE an. Da er für Live-Musik konzipiert ist, gibt es hier viele Schalter- und Drehregler, mit denen sich bestimmte Funktionen schnell aufrufen lassen. Machen wir uns doch gleich mit den Wichtigsten vertraut. Mit dem Joystick verändert man verschiedene Klangparameter. Mit den zuweisbaren Switches 1, 2 und 3 werden ebenfalls Klänge und viele andere LE-Funktionen gesteuert. Master Volume Mit dem Balance-Regler bestimmt man die Balance zwischen den auf der Tastatur gespielten Sounds, auch Keyboard-Tracks genannt, und den Sounds der Begleitung oder eines Songs. Drehen Sie den Regler vorerst in die Mitte. Auch der Assignable-Regler steuert eine Vielzahl von Parametern. Mit den Mode-Tastern rechts daneben wählen Sie die vier Grundfunktionen des LE. Styles spielen, Songs abspielen, Songs erstellen sowie Einzelsounds spielen und editieren. Mit Global steuert man Parameter, die auf den LE als Ganzes wirken, etwa welche Funktion einem Fußschalter zugewiesen ist. Und Media ist für Save, Load und andere Funktionen von internen und externen Laufwerken. Unter den Drehreglern gibt es 16 Style-Select-Taster. Mit diesen Style-Element-Tastern startet man die Intros, Variations und so weiter eines jeden Styles. Mit dem Start-Stop-Taster und mit Fade-In-Out, Tap-Tempo und Synchro-Start-Stop können Sie Styles auf unterschiedliche Weise starten und stoppen. Songbook – die einfache und komfortable Verwaltung von Songs, Styles und Sounds. Die separate Transportsteuerung für die zwei Songplayer und der Slider zum Überblenden zwischen Songs. Schieben Sie ihn vorerst nach links. Die Performance-Wahl-Taster zum Aufrufen von Soundzusammenstellungen und der My-Setting-Taster zum schnellen Wählen der Lieblings-Soundzusammenstellung. Diese Taster steuern den Transpose-Wert, die Oktavlage der oberen Tastatur, sowie Split-Ein aus. Der USB-Host-Port zum anschließen externer Datenspeicher wie USB-Sticks. Die Mic-Setting-Regler und Taster zum Steuern des Mikrofons, der Harmoniestimmen und der Effekte des Voice-Prozessors. Das Datenrad zum Einstellen von Parameterwerten. Der Menu-Taster zum Anzeigen der Editierseiten auf dem Bildschirm und der Exit-Taster zum Rücksprung auf die oberste Seite. Der farbige Touchscreen, das Herz der LE-Bedienoberfläche. Darunter die vier mit STS abgekürzten Single-Touch-Setting-Taster zum Abrufen der mit jedem Style- und Songbook-Eintrag gespeicherten Soundzusammenstellungen. Auf der Rückseite findet man den Mic-Gain-Regler, die rechten und linken Audio-Eingänge, die rechten und linken Audio-Ausgänge, MIDI-In und Out, die Assignable-Pedalbuchse für Volumenpedale wie das optionale EXP2 oder Fußschalter wie den optionalen PS1 zum Starten und Stoppen von Styles oder anderen Funktionen. Die Dämperpedalbuchse Der USB-Device-Port verbindet das interne Laufwerk mit einem Computer und die Video-Out-Buchse, über die man das LE-Display oder Songtexte auf einem externen Videomonitor anzeigen kann. Der LE ist jetzt hochgefahren und wir werden die Helligkeit des Displays einstellen. Drehen Sie bei gedrückt gehaltenem Menu-Taster am Datenrad, bis Ihnen die Einstellung gefällt. Sie bleibt erhalten, bis Sie sie wieder ändern. Außerdem schalten wir den Easy-Mode aus. Im Easy-Modus werden weniger Parameter angezeigt und das Interface ist dadurch einfacher bedienbar. Wie Sie sehen, enthält der Bildschirm viele Informationen und mehrere Tabs mit weiteren Infos. Berühren Sie das kleine Rechteck in der oberen rechten Bildschirmecke, um das Page-Menü zu öffnen, ähnlich einem Aufklappmenü am Computer. Tippen Sie auf Easy-Mode. Jetzt enthält der Bildschirm nur die wichtigsten Informationen ohne zusätzliche Tabs. Das ist sehr nützlich während einer Darbietung oder zum Arbeiten mit den grundlegenden Funktionen des LE. Um Easy-Mode für dieses Video auszuschalten, öffnen Sie wieder das Page-Menü und tippen auf Easy-Mode. Der Bildschirm sollte jetzt etwa so aussehen. Wenn Sie den LE aus- und wieder einschalten, werden einige Schalter des Bedienfelds auf Ihren Status beim Ausschalten zurückgesetzt. Wenn zum Beispiel Autofill aktiviert war, wird er nach dem Neustart wieder aktiviert sein. Und umgekehrt. Auf diese Weise ist der LE nach dem Einschalten immer wunschgemäß konfiguriert. Für dieses Video-Manual muss Ihr LE anfänglich genauso eingestellt sein wie meiner. Dies gilt für folgende Schalter. Autofill aktiviert, Memory aktiviert und die beiden Taster rechts daneben deaktiviert. Falls nötig, drücken Sie mehrmals STS-Mode, bis der Taster aktiviert ist, aber nicht blinkt. Ihr PA-3XLE enthält auch Demo-Songs. Drücken Sie gleichzeitig Style-Play und Song-Play, um in den Demo-Modus zu wechseln. Nach wenigen Sekunden werden die Songs nacheinander abgespielt. Um zu bestimmten Titeln zu springen, wählen Sie aus den drei Kategorien Full-Songs, Solo-Instruments oder Styles. Tippen Sie auf Full-Songs und wählen Sie einen Song. Im Demo-Modus werden die Sounds, Styles und Fähigkeiten dieses fantastischen Instruments umfassend vorgeführt. Mit Exit kehren Sie zur Kategorie-Wahl zurück. Mit einem Mode-Taster verlassen Sie den Demo-Modus. Drücken Sie Style-Play. Vielleicht möchten Sie Ihr Dämpferpedal an den LE anschließen, um wie bei einem Piano durch Drücken des Pedals die gespielten Noten ausklingen zu lassen. Falls Sie noch kein Dämpferpedal besitzen, können Sie das Verfahren auch später nachholen. Jedenfalls möchte ich Ihnen Folgendes zeigen. Hier schließen Sie das Dämpferpedal an. Da es viele verschiedene Modelle gibt, sollten Sie den LE zunächst auf Ihr spezielles Pedal kalibrieren. Wechseln Sie mit dem Global-Taster in den Global-Modus. Tippen Sie auf Controllers, dann auf das Foot-Controller-Tab. Tippen Sie auf Damper Calibration. Halten Sie das Pedal gedrückt und tippen Sie hier. Dann lassen Sie das Pedal los und tippen hier. Fertig. Diese Kalibrierung wird automatisch gespeichert und muss nur bei anderen Pedalen oder Fußschaltern wiederholt werden. Drücken Sie Exit. Um Energie zu sparen, schaltet sich der LE automatisch aus, wenn Sie zwei Stunden nicht spielen, Taster drücken oder den Touchscreen bedienen. Bitte speichern Sie Performances, Styles, Songs und andere editierte Daten, bevor Sie eine längere Pause machen.